Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Jemand hat mich gefragt nach den Begriffen TQM, Total Quality Management, und EFQM, European Foundation for Quality Management. Sei ihm nicht so ganz klar. Okay, dann machen wir mal eine Prüfungsfrage daraus. Und Sie kennen dieses Spiel. Nennen Sie Gemeinsamkeiten, nennen Sie Unterschiede, nennen Sie Berührungspunkte. Also darum geht es jetzt, um Gemeinsamkeiten und um Unterschiede und vielleicht auch um Berührungspunkte und gegenseitige Beeinflussungen. Denn dass beides mit Qualität zu tun hat, ist ja nun völlig offensichtlich. Also halten wir hier fest TQM und hier EFQM. Und beginnen wir mit dem aus meiner Sicht entscheidenden Unterschied. TQM ist eine Philosophie. Also eine bestimmte innere Haltung, wie man mit Qualität umgeht. Eine Philosophie bezüglich auf Qualität. Und EFQM ist eine Institution. So, eine Institution. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Unterschied. Und da TQM also eher eine Art geistige Haltung ist und EFQM ein konkretes Institut mit Mitarbeitern, kann man sagen, dass EFQM so eine Art Materialisierung dieser Philosophie ist. Ja, also man kann durchaus sagen, dass diese Philosophie TQM zum Beispiel beeinflusst hat, das EFQM-Modell. Ja, beeinflusst. So, da gibt es also ganz klare Berührungspunkte und noch eine weitere Gemeinsamkeit verrät ja schon hier das Wort. Beides hat zu tun mit Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement. Ich benutze die Abkürzung. Qualitätsmanagement. Das ist eine Gemeinsamkeit. Nur das eine ist eine Philosophie bezüglich Qualitätsmanagement. Das andere ist eine Institution. Und mit einer Institution geht man natürlich auch ganz anders um als mit einer Philosophie. Man kann noch etwas sagen. TQM ist weltweit. TQM wird auch weltweit verstanden. Auch vor allem im asiatischen Raum, in Japan, wo TQM möglicherweise sogar eher und besser verstanden wurde als in den USA, wo die Gurus eigentlich herkommen. Aber der Prophet gilt oft nichts im eigenen Land. Schauen Sie sich mal die Geschichte von Deming an. Der ist nach Japan gegangen und da ist er verstanden worden. Ja, und dann ist das Ganze quasi reimportiert worden in die USA. Also dieser Qualitätsgedanke. So, und EFQM, wie auch hier wieder das Wort schon verrät, ist europabezogen. Einmal weltweit, einmal Europa. Also TQM hat eine weitere Reichweite. Diese Philosophie hat eine weitere Reichweite als EFQM oder das EFQM-Modell. In Japan können Sie mit dem EFQM-Modell nicht so viel machen, aber mit anderen Preisen, die auf TQM beruhen. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Basis für Qualitätspreise. Und das EFQM-Modell ist quasi eine Institution für Qualitätspreise. Also der Unterschied liegt im ersten Teil des Wortes. TQM ist die Basis für mehrere Qualitätspreise und EFQM ist die Institution auch für mehrere Qualitätspreise. Unter anderem dann auch indirekte Ludwig-Ehrhard-Preis. Also erst mal dieser EFQM-Preis an sich oder Wort und dann Ludwig-Ehrhard-Preis sind also schon mal zwei Preise. Aber auch hier ist natürlich wieder eine Gemeinsamkeit, denn TQM ist natürlich auch die Basis hier für diese Qualitätspreise, die ich gerade genannt habe. Aber EFQM ist eben eher die Institution, die das dann auch wirklich konkret umsetzt. So und noch eine Gemeinsamkeit ist die Prozessorientierung. Prozessorientierung. Sie finden im EFQM-Modell das Wort Prozesse. Ich glaube, da heißt es Mitarbeiter und Prozesse. Und bei TQM ist ganz klar der Prozessgedanke im Mittelpunkt. Man sagt nicht, Menschen machen die Fehler, sondern Prozesse machen die Fehler. Das heißt, man muss Prozesse so gestalten, dass die Möglichkeit, Fehler zu machen durch Menschen, möglichst komplett ausgeschlossen ist. Man setzt also weniger auf die Menschen oder sagen wir mal erst an zweiter Stelle und in erster Stelle auf den Prozess. Und wenn irgendwo ein Fehler auftaucht, dann guckt man nicht als allererstes, wer ist jetzt schuld und wer kriegt jetzt die ganzen negativen Dinge, die damit zu tun haben, mit. Sondern man guckt, wie kann man den Prozess verbessern, damit so etwas nicht passiert. Es kommt also eher darauf an, die Mitarbeiter zu schulen, die Prozesse einzuhalten, als die Mitarbeiter unmittelbar in Qualität zu schulen. Das ist also ein indirekter Weg. Ja, im Prinzip in beiden Fällen. So, dann haben wir also hier einen Unterschied. Hier haben wir eine Gemeinsamkeit. Hier haben wir eine Gemeinsamkeit. Hier haben wir einen Unterschied. Hier haben wir, ja, das ist im Prinzip beides, eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied. Philosophie kann immer nur Basis sein. Und EFQM ist halt die Institution. Trotzdem hat das eine das andere beeinflusst. Also im Prinzip beides. Und Prozessorientierung ist wieder eine Gemeinsamkeit. So, also das ist das, was mir dazu einfällt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber so würde ich eine Lösung generieren, wenn mich das jemand in der Prüfung fragte. Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede von TQM und EFQM. Und ich glaube, wenn man sich den entscheidenden Unterschied merkt, und das ist der hier, TQM ist seine Philosophie und EFQM ist eine Institution. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Eine Institution hat immer einen Sitz. Also der Sitz hier ist Brüssel. Und eine Philosophie hat keinen Sitz. Ja, also haben wir hier wieder einen Unterschied. Ja. So. Das ist also der entscheidende Unterschied. Einmal Philosophie, einmal Institution. Und daraus, denke ich, kann man sich den Rest herleiten. Alles Gute, Marius Ibert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.